Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts mit mir, dem Blue, und es geht schon wieder weiter. Und Akrabah. Golden Stadt des Orients. Um Malefiz. Und Shafar. Und das Schlüsselloch? Die Herbstlosen suchen gerade danach. Wir werden es noch rechtzeitig finden. Jetzt bleibt nur noch das... Jafar! Ich habe überall nach Jasmin gesucht. Sie ist weg, wie durch Magie. Das Mädchen macht mehr Ärger, als sie sollte. Ihr sagtet, ihr hättet alles unter Kontrolle. Akrabah hat viele Verstecke für Ratten jeder Art. Aber warum sich um Prinzessin Jasmin sorgen? Mit oder ohne sie. Diese Welt gehört uns, sobald wir das Schlüsselloch finden. Wir brauchen alle sieben Prinzessinnen der Herzen, um die letzte Tür zu öffnen. Fehlt eine, ist es zwecklos. Nun, wenn die Prinzessin so wichtig ist, werden wir sie finden. Findet Jasmin und bringt sie mir so farb. So. Setzt euch nicht zu lange der Dunkelheit aus, weil die Herzlosen die Leichtsinnigen verschenken. Ihre Fürsorge ist rührend, aber nicht angebracht. Lass mich hin. Natürlich, irgendwie werden mit einer schlechten Kameraeinstellung direkt reingeworfen. Und gegen die Herzlosen. Die haben jetzt Krummsäbel. Ja. Die sind heiß und Krummsäbel. Was ich noch nicht wusste. Das sollte aber geläufig sein. Vor allem für zum Beispiel Fans von Gothic. Sagt ein paar mal nur Gothic. Und die Wüste klingt man sogar. Fangen wir aber nicht hin. Und wir sind ja jetzt in Agrabah. Und ja. Jafar und Malitz wird es, ja, das kann nichts Gutes heißen, ne. Das wissen ja so ein bisschen kennt. Damals 1001er Nacht, ne. Das war schon richtig gut. Habe ich auch gerne geguckt als Kind. Mega Portion. Da kommen wir leider nicht rein. Oh, scheiße. Damit könnten wir was anfangen. Na gut. Wurde jetzt nicht mehr. Ähm, ich möchte ihn auch eben nochmal jetzt entschuldigen, wenn ich fluche oder so. Es rutscht mir halt einfach raus. Es ist hochheben. Werfen. Das ist dann natürlich keine Absicht, ne. Und da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hoch. Gut, ähm. Moment, ich möchte mal gucken, weil... In Agrabah muss man wirklich viel springen. Und ich sage viel, dann meine ich auch wirklich viel, ne. Ah, verdammt. Na gut. Wenigstens ein paar Taler. Ähm, gut, dann gehen wir mal weiter auf die Hauptstraße. Ja, ein schöner Markt. Und wieder Schattenleuche und die anderen Pferden. Die Schatten... Selten, keine Ahnung. Wer ist die? Können wir ja gleich mal nachgucken. Bei Jiminy Cricket. Ja. Jiminy Cricket. Aber Cricket hört sich besser an als Cricket. Oh, jawoll. Brutalo gelernt. Und mehr Items. Ausrüstbar. Jawoll. Das geht doch mal schön voran. Aber Maximum am AP wäre auch mal wieder das Feines. Unter anderem. So mal schnell. Ability. Sura. Brutalo. Vernichtender Abschussheap nach Komboangriff. Oh, Leute. Ihr seid so fies. Jetzt bräuchte man noch ein Item. Das AP mindestens um... Oha. Ich wusste, dass es Gegner in Gefäßen gibt, aber dass die dann noch Spinnbeine haben. Natürlich, Donald bekommt Maximum AP. Ich weiß nicht, ob der das bräuchte, Leute. Hallo? Kann ich mal über Verteidigung sprechen? Die Kameraführung ist manchmal halt wirklich schlimm. Aber gut, damit kann man leben. Irgendwie ging es doch hoch. Ach ja. Und hier, na. Ah, da wollen wir noch nicht hin. Wir fallen erst mal die Truhe. Also gibt es noch Wege, die werden später erst geöffnet. Und jeweils an den anderen Orten waren. So. Ähm. Kommt hier wieder hier hoch. Wow. Die Geräusche sind aber wunderbar. Blub, 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 blub. Hier sollten, glaube ich, auch... Ja. Hab ich mir gedacht. Wären die auch überhaupt geöffnet? Ich weiß es gerade nicht. Ne, da kann man noch nicht hin. Na gut. Ähm. Wollte ich sagen, folgen wir erst mal mit der Straße. Auf zum Lagerhof. Ja. Ja, gut. Esmin. Esmin. Hallo? Mein Name ist Esmin. Mein Vater ist der Sultan von Akrabar. Oh, also bist du eine Prinzessin. Aber er wurde von Jafar gestürzt, der nun über die Stadt herrscht. Jafar? Hast du noch nicht von ihm gehört? Er ist der Großvisier. Er besitzt böse Kräfte und hat Akrabar unterworfen. Er sucht verzweifelt etwas. Er nennt es das Schüsselloch. Jafar hat mich auf der Flucht erwischt, aber er hat... Er hat mir geholfen. Ah, er. Wer hat dir geholfen? Wir hatten uns in der Nähe versteckt, aber er musste noch etwas erledigen. Oh, ich hoffe, Aladin ist nichts passiert. Aladin. Wo könnte ich diese Ratte finden? Jasmin, erlaubt mir euch eine passendere Begleitung zu finden, meine liebe Prinzessin. Diese kleinen Ratten sind eurer Unwürdig. Jasmin, lauf! Hm, genial. Ah, der Junge mit dem Schlüssel. Was ist denn das? Schattennomaden? Schattennomaden wäre ein guter Name für die. Wird ihm mir persönlich gefallen. So. Tagebuch. Wir haben einige neue Einträge. Charaktere. Ne, brauche... Ja, genau, Charaktere. Herzloser. Schattenleucht, glaube ich, sollte... Adovampe? Ne. Pyrozipfler, Zipfler, Vita-Zipfler. Anthromor sind die Affen. Anthrobine ist klar. Turbo-propper. Ja? Ist die Steampunks? Ah, Wüstenräuber. Arach-Orne. Geniale Name. Äh, Pofungie. Ja, die Pofungie, die machen jeweils eine Geste. Da muss man den passenden Zauber drauf wirken. Schattenborn. Ja, das sind jetzt die Gegner. Schattenborn, ne? Musst du mal zweimal besiegen. Bisher. Panzerrüstor. Krustorpanzer. Haben sich ganz was Geniales ausgedacht. Ja. Da stets ein Knüppler, ey. Das war irgendwie... Hat da... 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 Hamelsilisk, alter. Hamelsilisk, alter. Das könnte so ein Lied von Haftbefehl sein. Hamela, Hamela, ne? Ne, Hamela war ja von... Von... Von Julian. Ach, hier kommen wir noch hoch. Gut. das ist ja das bisschen schief ist herzlose wie sie erschatten heute wie süß da macht er schon diesen hallo ja jetzt ein bisschen schief für falsch rum eingesteckt das schwert mega pushen so natürlich haben wir es gibt haben wir das gilt so hauptstraße auf den dächern genau sind wir hier drüben jetzt gehen wir erst mal hier hin und wie man sich schlecht denken kann es ist allerdings haus oh ja wofür weiß dass es allerdings haus ist final elixir teppich der papageist jago das weiß ich noch und dann gibt es noch genie das sollte klar sein wie hieß der großvisier das mutter bewegen das mutter ist minz vater teppich der teppich ist zur wüste geflogen folgen wie im sora nja kommt schafft da kommen wir wieder da kommen wir zum stadtportal da kommen wir zur hauptstraße ähm ich glaube wir wollen hier oben erst mal raus ah guck mal kann man auch ganz unten nach oben so dann ging es hier zur wüste ne genau wir hätten auch gleich ins stadtportal gehen können naja egal naja komm wenn da noch kisten sind guck mal später nochmal die wüste und der teppich so genau ähm können teppich ansprechen schaffen wir das noch ne es sind noch drei minuten also ich würde sagen es geht dann beim nächsten mal weiter wenn es wieder heißt let's play kingdom hearts mit mir dem blue ähm ich verabschiede mich mit hootsnäle have fun bis zum nächsten mal choo choo und tüdel bye